Die Saunaplätze abzugeben, das ist sehr wahnsinnig. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Konzert in diesem Jahr. Und ich gebe ja immer ganz gerne an und sage, für ein gutes Programm reisen wir auch ganz weit, um uns etwas Besonderes zu holen, nach Zelle zu holen. Aber hier gilt das Sprichwort, warum in die Ferne, wenn das Gute liegt, so nah. Ja, ich war im letzten Jahr auf dem Django Reinhardt-Festival in Hildesheim. Da sitzt er, der Organisator. Nicht das Festival. Nicht das Festival. Das kann ich nur wärmstens empfehlen, am 14. Juli wieder eine Neuauflage. Und da wollte ich eigentlich schon nach Hause und dann sagt der Ricardo zu mir, bleib noch mal eine halbe Stunde. Und dann kam das Highlight. Und ich bin ganz stolz, dass ich Ihnen dieses Highlight heute Abend hier präsentieren darf. Zunächst noch im Duo, aber es wird nachher ein Trio. Das wissen Sie ja nicht. Deswegen sind Sie auch hier. So, viel Vergnügen. Und in der Pause und nach der Pause gibt es auch CDs von den Damen und den Herren. Alles Gute. Viel Vergnügen. Applaus 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 Musik 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott 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 All right, hey, hey, hey! Wir sind weit im Dorn, für uns Südwetter ist es sehr weit. Aber es ist sehr schön hier, die Leute sind sehr nett. Und wir haben Ihnen mitgebracht eine Musik, die gut zu den Pallen passt, aber auch eine Musik, die sehr ans Herz geht, an persönliche Erfahrungen geht. Das erste Stück war gleich schon eins, was, ja, war kein fröhliches Stück, sagen wir mal so. Und, aber der Jürgen hat es vorhin schon angekündigt, wir sind eigentlich ein Trio. Und jetzt wollen wir was für die Freude machen. Und dazu finden wir natürlich auch die Schönheit auf die Bühne, oder? Ein kleiner Maus bitte, oder auch einen großen Zwerg. Merry Christmas! Applaus Musik Es que te cierra en el cuarto de la azotea. Es que te cierra en el cuarto de la azotea. Dice, comadre, que yo contigo voy detonante y que ya con tu padre tiene bastante. Siempre sale de casa con carabina, con carabina. Siempre sale de casa con carabina. Siempre sale de casa con carabina. Con carabina cuando ando con tu hermana. Va con tu prima. Cuando no con tu hermana. Va con tu prima. Dice a tu madre que yo contigo voy detonante y que ya con tu padre tiene bastante. No le pida milagro a San Antonio. A San Antonio no le pida milagro. A San Antonio no le pida milagro. A San Antonio. A San Antonio. A San Antonio que se entera a tu madre. Y es un demonio. Que se entera a tu madre. Y es un demonio. Dice a tu madre que yo contigo voy detonante Y que ya con tu padre tiene bastante No le digas a nadie, donde nos vemos Donde nos vemos, no le digas a nadie Donde nos vemos, no le digas a nadie Donde nos vemos, donde nos vemos Que se entera tu padre y es un veneno Que se entera tu padre y es un veneno Dice a tu madre que yo contigo Muy detonante, y que ya con tu padre tiene bastante Melani Delgado por este Gracias por ver el video Gracias por ver el video